Da bin ich wieder, euer Paul mit den Beach Academy Trainingstipps für euch zu Hause. Jetzt spielen wir einen ganz normalen Standsatz gegeneinander, das heißt zwei Spieler befinden sich in jeder Feldhälfte. Die Schwierigkeit ist jedoch, dass in jedem Team ein Extraball vorhanden ist. Level 1. Es befindet sich ein Extraball in jedem Team. Dieser muss immer hin und her gepasst werden, je nachdem welcher Spieler jetzt gleich den Ball spielen muss. Level 2. Ein Spieler auf jeder Seite hat einen Privatball. Das heißt, der Ball ist immer bei diesem einen Spieler in der Hand, muss bevor der Ball gespielt wird hochgeworfen werden, dann wird der Ball in einer Beachrolle bei Technik gespielt, danach wird der Ball wieder gefangen. Musik 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 Level 3 ist richtig schwer, aber ich glaube, ihr bekommt es hin. Ihr kennt Level 2, der andere kriegt auch noch einen Privatball. Vier Privatbälle, ein Spielball. Viel Spaß beim Ausprobieren. Das war mein Beach Academy Trainingstipp für euch. Ab in den Sand. Viel Spaß beim Ausprobieren. Peace. Musik 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 Musik